Das kann nicht der CDO vom ADAC sein, so ein Bartmann. Ich mache auch jeden Tag Topfschlagen im Minenfeld. Die erste Reanimationsausnahme ist es die Kulturseite. Es gibt uns nichts, uns vorzunehmen, hallo Rudi, hallo Dudes und yo, sondern es geht darum, ein verantwortlicher Manager zu sein, der sein Team mitnehmen kann, der in Sachen Business sehr, sehr weit denken kann. Was sind die Nöte des Bürgers? Das ist Ihr Kunde. Sie haben auch welche, deswegen predige ich auch intern, Customer-Centric. Aber was nervt eure Bürger eigentlich? Und was kann man da besser machen? Da braucht man sehr viel Durchhaltevermögen, sehr viel positiven Optimismus, weil wir wollen uns ja verändern und wir müssen uns auch verändern. Bei der Technologie macht es einfach.